Hallo, Freunde von Nice, von Helen C. C. Walli. Ich grüße euch aus meiner Boutique bei Olanamon. Werklapperstraße 576 in Köln, Hawaii. Wir haben auch jetzt neue Kleider bekommen. Ich zeige euch die trotz allem mal ganz durch. Also erstmal haben wir nochmal dieses hier. Die sind so süß. 10 Euro, das für eine zweijährige, vor allem ein süßer Schmetterling. Hinten ein schönes Muster dran, aber das ist ein Einzelsstück. Ja, dann haben wir jetzt die Einhörner sind wieder rausgebrochen bei Olanamon. Ja, die sind ja der absolute Renner, aber die gibt es auch wieder von so circa 4. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr. Passt aber auch ein zweijähriger hier rein, das zeige ich euch gleich. Also groß schwein die gar nicht aus. Genau, und die sind alles für 10 Ohren. Superdruck, superqualität. Leicht und locker. Gerade geht's in die Hacke, die heiße Hale. Und das coole ist, wenn es was kühler ist, kann man da sogar einfach nur Leggings drunter ziehen, dann kann man sie weiterhin tragen. Genau, da kann man was drunter ziehen und da kann man es weiter tragen. Dann habe ich dieses Einhorn, ist auch ganz süß. Auch ein Zehner, das ist jetzt die Größe für den 14-Jährigen. Ich zeige euch einfach mal, wie die Sachen ausfallen. Genau. Sieht mir auch ganz klasse aus, finde ich. Ganz, ganz niedlich. Also bei den Mädchen ist das absolut der Renner. Hier haben wir ein Kätzchen. Das habe ich jetzt für ein 8-Jähriges in der Hand, damit ihr es auch mal seht. Das ist auch für 10 Euro. Auch ganz niedlich. Kiddies, richtig süße Augen haben die. Ja. Dann habe ich jetzt auch hier nochmal, vielleicht ein kleines, ein kleines auf dem Fenster. Auch nochmal ein 6-Jähriges, auch diese Kätzchen. Oh, ist das süß. Die sind putzig, ne? Oh, ist das niedlich. Einfach klasse, da sehen die aus. Die gehen auch, wie gesagt, vom 4. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr, zu 14. Lebensjahr. Aber mit 3 kann man die auch noch tragen. Cool. Die geht ohne Weitere. Dann haben wir die süßen Pferdchen. Zeig mal. Das sind auch für eine 6-Jährige. Auch für 10er. Ja. Auch ganz niedlich. Der Hintergrund ist geil. Ist so süß. Ja, mit dem Stern und dieses Auslaufen von Fen. Ist cool, ja. Ganz zarte, rosa. Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja, und dann habe ich für euch auch diese Pferdchen. Auch hier von ganz klein bis groß gehen. Die sind die durchsortiert. Das ist auch ganz süß. Pferde sind bei Mädchen ja auch immer sehr beliebt. Und auch die kleinen Schmetterlinge. Also richtig schön nostalgisch gemacht. Auch für ein 10er. Das ist jetzt für ein 10-Jähriges, was ich in der Hand habe. Ja, und dann zum guter Letzt. Habe ich jetzt hier. Ja, hier habe ich mal was für ein 4-Jähriges. Hey. Dann habe ich dieses Teil. Also wie gesagt, das kann auch eine 3-Jährige tragen. Also wollte ich nur direkt mal die Größen zeigen. Damit ich denke, ich habe noch große Größen dafür Kinder. Ja, und das kommt auch 10 Euro. Ja. Ja, also wie gesagt, ihr habt jetzt eine gute Auswahl. Die süße Kinderkleidchen. Der Sommer ist da. Es soll richtig heiß werden. Und dann fühlen die kleinen Mäule sich richtig wohl in diesem Kleidchen. Ja. So, ja, dann würde ich mal sagen, also auswahllich ist auch eine andere, weil ich da auch ein T-Shirt und so. Ich bedanke mich erst mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sage ich einfach mal, ich freue mich auf euch. Bis denn. Ciao. Jeden. Vergesst das Teilen nicht und das Abonnieren nicht und das Liken nicht. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann drück auch noch auf das Glöckchen. Genau. Tschüss. Gotts? Vielen Dank.